Hallo zusammen, das sind wir wieder bei Eddy in Taiwan. Und das ist mein Lieblingsessen hier in Taiwan. Das ist eine Austern-Omelette mit einer komischen Soße drauf. Und ich kann euch mal zeigen, wie wir das richtig essen. So, dazu nehmen wir die Chopsticks hier. Und, ja, könntest du ein bisschen schauen, mal ein bisschen schauen hier, wie glibber das ist. Also ein bisschen glibrig und, ja. Dann hat es, wie schon gesagt, es ist eine Omelette. Es hat Eier drin. Und so grüne Sachen. Und auch grünes Gemüse. Plus noch, wie schon gesagt, die Austern. Eben, ja, schau mal rein, wie das genau aussieht. Also, wir nehmen hier ein bisschen von dieser Dings. Mit ein bisschen Soße. Und, schau mal, wie das geil aussieht, Mann. Mh. Hammer. Einfach. Einfach Hammer. Am besten, kommen wir hier an und probieren zu salven. Bis zum nächsten Mal. Tschau zusammen. Hey, guys. Thank you so much for watching the videos. If you wanna be up to date, just click on the follow button to be all the time up to date for the newest videos from Eddy in Taiwan. See you next time. facin' Vielen Dank.